Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Edna bricht aus. So, ich hab mal die Komplettlösung angeschaut. Und zwar steht da drin, dass der Stein dahin soll und der andere hier so. Also hier so ungefähr. Und einer soll dann hier so hin. Und der nächste soll, glaube ich, hier hin. So müsste es richtig sein. Jetzt strahlt es eine erstaunliche Ruhe aus. So, und jetzt reden wir mal mit dem Alu-Menschen. Dem lebendigen Blitzleiter. Hey Alu! Ah, Edna, wie schön dich zu sehen. Was hältst du von dem Muster, das ich geharkt habe? Was? Das ist ja... Ja, das ist genau das, was mir fehlte. Es schwingt mit meinem Chi im Einklang. Ich fühle, wie die Energie in mich einströmt. Geh schon mal vor zum Auto. Ich warte dort auf dich. Du meinst, du kommst nach? Nein, ich bin bereits dort. Kannst du dich etwa auch teleportieren? Ja, entweder das oder Poki war zu faul, eine Animation zu zeichnen. Gut, dann gehen wir zur Garage. Und dann können wir endlich in die Freiheit. Die lange, resente Freiheit, die ich mir so resente. Äh, da sollst du nicht hingehen. Zur Garage, bitte. So. Kann's jetzt losgehen? Ich bräuchte ein Startkabel. Ja, hab ich. Würde das hier weiterhelfen? Das ist sogar genau das, was ich jetzt brauche. Der Wagen läuft. Er läuft tatsächlich. Was dachtet ihr denn? Natürlich läuft er. Edna, jetzt bist du wieder an der Reihe. Du musst deine Möglichkeit finden, das Haupttor zu öffnen. Zigaretten? Die Zeitung? Kaugummi wär nicht schlecht. Ich lauf hier schon. Hä? Ich hab hier ein Kaugummi. Hier. Danke, Edna. Was würden wir nur ohne dich machen? Äh. Und jetzt? Seid ihr bereit? Unser Job ist erledigt. Wir warten jetzt nur noch auf dich. Gut, ich werde das Haupttor öffnen. Und dann wird es in die Freiheit gehen. Denn was würden wir tun ohne Freiheit? Ohne Freiheit wären wir nur Menschen, die durchs Leben gehen, ohne einen Sinn zu haben. Oh ja. Los, Edna, trägst du diesen Ork aus. Wer ist da? Oh nein. Na warte. Dich krieg ich. Scheiße, Pripyat. Hihi. Guck mal, ich kann den Klon. Hey, wo bist du hin? Los, Edna, schnell. Öffne das Haupttor. Ja, grüner Knopf benutzen. Benutz den doch. Hä? Keine Zeit, Fernseher. Keine Zeit. Kannst du den nicht benutzen oder was? Benutzt du den Hauptschlüssel dafür oder what, ey? Hä? Keine Zeit rum. Hä? Ja, aber passiert nix. Hallo? Ach, warte mal, ich hab ne Idee. Ähm. Keine Chance. Ja, ja. So. Hey, was hast du getan? Raus hier! Warum ist das Tor auf? Das Tor muss zu bleiben! Was? Das Tor ist immer noch offen? Dieses Mist gehört an den Kontrollen herumgespielt. Was ist das für ein Geräusch? Ein Motor. Die Garage. Was ist hier los? Hier ist ja gar keiner! Verflucht! Hä? Und wohin soll's jetzt gehen? Rio de Janeiro! Ich will zum Haus meines Vaters. Es muss dort irgendeinen Hinweis darauf geben, was damals wirklich passiert ist. Irgendetwas, was meinen Vater entlastet und Dr. Marcells falsches Spiel aufdeckt. Auch gut. Dann muss ich nur noch wissen, wo genau das Haus ist. Und wie man dieses Ding hier fährt. Oh Gott, machen die Unfall? Geil. Oh mein Gott. Wo bin ich? Was ist passiert? Es gab scheinbar eine Art Unfall. Harvey? Harvey? Geht es dir gut? Ich bin okay. Dir passiert nicht so schnell was, wenn deine Wirbelsäule aus Frottee ist. Aber wir haben ganz viele Sachen verloren. Oh nein. Oh, alt, haben wir viele Sachen verloren. Was ist denn mit euch los? Hey, Leute. Hey. Alles klar bei euch? Oh, hallo. Hast du alles gut überstanden? Ich kann einfach nicht glauben, dass wir einen Unfall gebaut haben. Ich schätze, sowas passiert einfach, wenn man einen Irren ans Steuer setzt. Wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Der Alu-Mann ist die Böschung hochgeklettert, nachdem er wieder zu sich kam. Murmelte irgendetwas von einer Erleuchtung. Ich fürchte, wenn er vorher nicht alle Sicherungen im Kasten hatte, sind sie ihm jetzt ganz durchgeknallt. Den Schlüsselmeister habe ich gar nicht mehr gesehen. Du etwa, Mutti? Nope. Nope. Fährt das Auto noch? Okay, ich ziehe die Frage zurück. Wollt ihr denn gar nicht weiter? Sagen wir mal so, es steht nicht ganz oben auf unserer Prioritätenordnung. Dr. Marcells Leute haben ein Stück weiter unten eine Straßensperre eingerichtet. Wenn du klug bist, bleibst du bei uns, bis sie die Suche aufgeben. Hier ist es sowieso viel gemütlicher. Hm, stimmt eigentlich. Schönes, äh, Sofa, könnte man sagen, obwohl es kein richtiges Sofa ist. Was treibt ihr da? Ja, Mutti hat eine Art Kartentrick erfunden. Es ist mehr ein System. Ja, ein System. Ihr versteckt das Herzass nach einem System, das nur ihr kennt. Und Hoti muss es erraten. Ich bin kurz davor, dahinter zu kommen. Ich glaube, er wäre längst dahinter gekommen, wenn er nicht jedes Mal einen Schlag an der Karosserie bekommen hätte, immer wenn er die richtige Karte ziehen wollte. Jedes verfluchte Mal. Seltsamer Zufall. Möchtest du es vielleicht auch mal probieren? Klar, leg los. Klar, leg los. Wenn du dreimal hintereinander richtig liegst, hast du gewonnen. Gibt es auch einen Preis? Hm, nein. Trotzdem bereit? Ja, was soll's. Zieh eine Karte. Die zweite von links? Sicher? Ja. Daneben. Gleich die erste Karte? Hm, die dritte Karte. Sicher? Ja. Hä? Daneben. Die letzte also. Was? Daneben. Wie ist das möglich? Gleich die erste. Richtig. Zweite Runde. Die zweite von links? Was? Daneben. Der ja? Hm. Die Daneben. Die letzte Nein. Daneben. Gleich die Daneben. Die zweite Daneben. Ja, man kann's ja nur die letzte. Nee. Daneben. Hm. Die Hä? Daneben. Hacker. Die zweite Daneben. Was? Gleich die Daneben. Die letzte Daneben. Der hat die gar nicht mehr. Was ist das denn? Nächste Daneben. Genug gespielt. Ich muss los. Lass dich nicht auf. Hm. Nur halb im Sumpf drin und die finden das doch voll gemütlich. Autotür. Kannst du die nehmen, Mettner? In der Gruppentherapie haben wir gelernt, am Unfallort nichts zu verändern. Stichwort Unfallrekonstruktion. Tja. Oh, wir haben hier einen Fluss. Benutzen? Brr, ist es nicht zu kalt zum Schwimmen? Nehmen. Ich bin bei der Gesellenprüfung zum Wasserträger durchgefallen. Oh, schade. Wir haben einen Topf. Was soll ich denn mit einem Eimer Sumpf? Wir könnten dem bösen Lago Lagrande eine Falle stellen. Wo schnappst du nur diesen Nonsens auf? Ich lese viel. Warte mal. Wo können wir denn noch hin? Also hier zur Böschung? Alu Mann, wo bist du? Also da hinten ist die Anstalt. Wollen wir da wirklich hin? Nee, ne? Eigentlich nicht. Vergiss es. Dorthin bringen mich keine Zehnfälle oder andere Tiere. Gut. Gehen wir mal hier hoch. Oh, tu es nicht, Alu Mann. Du bist zu alt, um zu sterben. Hallo, Alu, alter Hund. Hast du den Unfall gut überstanden? Nicke, wucke, bicke, backe, dicke, dacke, peng. Schön. Was genau tust du da? Als wir diesen Unfall hatten und ich im hohen Bogen durch die Luft geschleudert wurde, da hatte ich eine Erleuchtung. Schuhe, die mitwachsen. Quatsch. Ich weiß endlich, wie ich mich in ein Energiewesen verwandeln kann. Wir haben alle dafür gebetet. Ich muss mich nur von einem Blitz treffen lassen. Es sieht nicht so aus, als würde es heute noch gewittern. Wenn ich erst ein Energiewesen bin, kann ich es gewittern lassen, wann ich will. Hast du den Schlüsselmeister gesehen? Der tut gut daran, sich nicht blicken zu lassen. Meine buddhistische Gesinnung verbietet mir natürlich jeden Groll. Aber ich glaube, Hoti und Mutti sind recht wütend wegen des Unfalls. Die sahen mir eigentlich ganz versöhnt aus, wie sie da unten in der Limousine hockten. Sie wollen ihm sicher die Zunge rausreißen und die Wirbelsäule brechen. Mutti spielt Karten. Und dann biegen sie ihm die Fußnägel nach oben. Und Hoti schmückt eine Zigarette. Und ziehen seine Haut mit einem rostigen Nagel von den Knochen. Gut, dass ich so ausgeglichen bin. Alter, ich glaube, du hast so viel Dead Space gespielt. Eine Straßensperre blockiert den Weg. Ist es wirklich die Sperre, die den Weg blockiert? Ist es nicht vielleicht doch eher deine Einstellung? Nein, es ist die Straßensperre. Man kann sie sogar von hier aus sehen. Da drüben, das ist sie. Leistst du mir das Ant... Leistst du mir das Antioxidationsmittel? Nein, ich brauche es, um meine Leitfähigkeit zu steigern. Wenn mich der Blitz getroffen hat, kannst du es haben. Na toll, dann würde ich es doch eh bekommen. Interessanter Gedanke. Du meinst, man kann sich durch richtige Vorhersagen elektrisch aufladen? Was? Nein, das meinte ich ganz und gar nicht. Was ich meinte war... Elektrogeneration durch Präkognition. Das deckt sich mit meinen Theorien. Das würde bedeuten, dass ich als Energiewesen nicht nur omnipotent wäre, sondern auch omniszent. Wenn mich doch nur endlich dieser Blitz treffen würde. Viel Glück noch. Ich gehe jetzt. Mach keinen Unsinn. Ich kann es dir nicht versprechen. Tja. Juh, danke.